Okay, ich weiß jetzt nicht, wie ich anfangen soll, aber ich fange jetzt einfach mal mit dem Grundlegenden an. Ich bin total krocki. Der Fasching hat mich irgendwie ausgenockt und ja. Und ja, dann ist es so gewesen, dass ich eigentlich am Mittwoch wieder topfit war und dass mir alles gut war und ich mir so gedacht habe, yay! Und dann habe ich den riesen Fehler meines Lebens, den ich fast jede Woche dreimal BG gemacht. Ich habe dann mich ausgeruht und habe dann mal der ganze Donnerstag nur rumgehangen. Und ja, jetzt bin ich krocki, weil meine Oma hat doch wieder mal recht. Meine Oma hat immer gesagt, wenn man erschöpft ist und total nur rumhängt, dann passiert es, dass man dann noch erschöpfter wird und noch schlapper und total lustlos und so, total demotiviert. Und ich muss zugeben, so wirken es mir heute auch schon den ganzen Tag. Also, um es mal ein bisschen zu erzählen, ich bin aufgestanden, dann bin ich zum Bad gegangen, habe die Heizung aufgedreht. Weil wenn man da die Heizung aufdreht, wird es bei mir im Zimmer wärmer. Was aber am anderen Ende vom Gang ist, was komisch ist, aber ist eben so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann in mein Zimmer, habe mich aufs Bett gelegt und seitdem habe ich mich zweimal, zweimal bin ich aufgestanden. Ich bin heute so um zwölf aufgestanden und jetzt haben wir 18 Uhr irgendwas. Also, das ist nicht gerade mein Tag des Triumphs mit sich bewegen und sowas. Und ich habe dann auch immer wieder zu meiner Mom gesagt, Mom, also ich sollte jetzt noch ein Video drehen, Mom. Also, ich wünsche, ich würde jetzt so gerne noch ein Video drehen, Mom. Also, wirklich, jetzt, jetzt drehe ich ein Video. Und als ich auf einmal mit meiner Mutter so zum Mittagessen kurz mal oben war, war ihre Frage so, und, ist dein Video schon fertig? Und dann so meine Antwort, ah, nee. Ich fang gleich an. Aha. Und dann meine Mutter so, das Essen ist fertig, komm. Und dann bin ich so, ja, bringst du mir einen Teller, so zu mir, und, ja, ja, ich mache die Soße auch selber warm, aber wäre schon cool, wenn du sie warm machst, so, und, ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt nicht gerade mich aufgerappelt hätte und aufgestanden wäre und mal durch die Wohnung gelaufen, dann würde ich immer noch so, entschuldigt, das ist mein Hirnprogramm. Und das war jetzt auch noch mein, mein, äh, mein, irgendein Programm halt. Naja, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, es war auch Spirrenprogramm, aber die beiden blingen immer so gerne. Ja, auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt nicht aufgerappelt hätte, glaube ich, ich wäre heute der Rest vom Tag bloß noch so, so, äh, da gegangen. Und irgendwie ist es ja auch nicht schön. Aber es stimmt schon, dass man so sagt, je länger man dann rumhängt, also ich merke es dann auch so nach Overloads, dass wenn ich länger, als mir die Energie fehlt, noch liegen bleib, dass ich dann tendenziell, ähm, länger brauche. Also wenn ich, sagen wir mal, so ab dem vierten, fünften Tag wieder anfange, Kleinigkeiten zu machen, sowas wie, sag ich es jetzt bloß, ähm, ein Brot schmieren oder sowas, dass ich dann schneller wieder in, 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 in Alltag, in Rhythmus zurückkomme, als wenn ich nach dem vierten Tag immer noch so dieses, das Brot nicht selber schmieren, sondern mir helfen lasse. Und dann dafür im Ausgleich viel länger erschöpft bin, viel länger schlapp bin und überhaupt nicht mehr in diesen Trott komme. Ja, was ich sonst noch so heute gemacht habe, kann man sich denken. Ich bin eigentlich praktisch den ganzen Tag nur rumgelegen, habe geschlafen, habe mir irgendwelche Filme angeschaut, Hauptsache nicht mich bewegen. Ähm, ich habe es sogar dann geschafft, wirklich ohne Witz eine Stunde, und es ist nicht übertrieben, eine Stunde vor dem schwarzen Fernseher zu sitzen, weil der Film fertig war, aber ich überhaupt keine Lust hatte, aufzustehen und die DVD zu wechseln. Und ich mir dann gedacht habe, ja, nee. Äh, nein, ich glaube nicht. Ich bin dann, als ich aufgestanden bin, um mir was zu essen zu holen, weil meine Mutter da war und mir Essen gebracht hat, eine Breze, ähm, wenig auch noch mit, bei der Gelegenheit habe ich meine Mutter Fernseher ausgemacht, aber ich glaube, ich wäre nicht extra aufgestanden, um das Fernseher auszumachen. Und, ja, also um alles in allem, heute ist irgendwie nicht so mein Tag, ich bin total erschöpft, ich bin platz, ich bin müde, und ich habe irgendwie heute das Gefühl, ich sehe aus wie ein riesengroßer Klops, ähm, Knete. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sehe aus wie Knete, oder wie so Wackelpudding. Ja genau, ich sehe aus wie Wackelpudding, der aus dem Glas auf den Boden geflogen ist und jetzt die ganze Zeit auf dem Boden rumwackelt. Ja, aber das ist meistens so nach so großen Tagen wie Weihnachten, Fasching, Neujahr, mein Geburtstag und sowas. Da bin ich einfach dann nicht mehr so ganz so fitte nach. Das braucht ja auch, auch wenn man es nicht miterlebt, braucht es irgendwie Energie. Ich weiß auch nicht warum, aber dieses auch drumrum gehen, dieses es zu meiden, ja, das braucht auch Kraft. Und das, ähm, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gekommen, wie ich das verhindern kann, dass mir das Energie abzieht. Aber, falls mir jemand einen Tipp hat, gerne in die Kommentare. Ich freue mich da riesig drüber, weil ich kann ja auch noch lernen. Und es kann ja nicht immer so sein, dass ich dann danach, einen Tag danach sozusagen, aussehe wie ein riesen Zombie. Okay, ähm, was habe ich heute noch vor? Also ich möchte heute noch vielleicht die Sims spielen. Vielleicht lege ich mich auch noch einfach wieder hin. Okay, Entschuldigung, voll gegen die Predigt, aber ich bin total platt, ich gebe es zu. Und auch wenn meine Oma sagt, ich sollte jetzt besser rausgehen, an frische Luft etwas machen, aber ich habe keine Lust dazu, ganz ehrlich. Und sich dazu aufzuratten, manchmal einfach etwas zu tun, ist so schwer, das ist echt nicht fair. Naja, vielleicht, vielleicht ist mein Vati nachher da, dann nimmt er mich vielleicht noch mit ein bisschen vor auf die Treppe und dann können wir da zusammen etwas Zeit verbringen oder so irgendwas. Oder vielleicht spielen wir auch noch ein Familienspiel, wer weiß. Wenn nicht, dann spiele ich die Sims. Auf jeden Fall plane ich jetzt, nicht mehr den Rest vom Tag rumzuhängen, auch wenn es mir jetzt gerade am allerliebsten danach ist, dass ich nichts tue, rumhängen, bloß gammeln. Aber ein Tipp von mir an jeden da draußen, der in dieser Situation ist, bloß nicht weiter gammeln. Auch wenn es nach einem total tollen Plan aussieht, auch wenn es total verführerisch ist und auch wenn es total schön wäre, nicht weiter gammeln. Weil wenn man weiter gammelt, dann wird es nur noch schlimmer. Okay, ich spiele heute noch die Sims, verbringe seitlich meinen Eltern, muss noch eine Pilzsoße, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe, zu Ende essen, weil die wäre morgen schlecht, die muss ich mir jetzt alles noch komplett reinputzen. Habe aber eigentlich heute mehr Lust auf Käsenrudeln. Tja, das ist doofe, wenn man etwas kocht, etwas zu viel kocht und dann die Reste noch Wochen später essen muss, weil wegschmeißen finde ich irgendwie eine doofe Sache. Weil ich denke, es gibt so viele Leute, die kein Essen haben und wenn wir dann das Essen wegschmeißen, dann ist das irgendwie Verschwendung. Naja. Und weil ich natürlich zu erzogen wurde, dass man das Essen nicht wegschmeißt. Meine Eltern, meine Mutter kann auch nichts wegschmeißen. Das ist schlimm. Es muss wirklich schlimm gammelig sein oder so, dass es weggeschmissen wird. Okay, dann werde ich wahrscheinlich noch ein paar Sachen machen, im Sinne von mein Zimmer vielleicht mal aufräumen, weil, was ihr jetzt nicht seht, ist hier ungefähr, hier habe ich einen Festplatten-Vorhau, hier habe ich einen Flaschen-Vorhau und da habe ich einen Kleider-Vorhau. Ja, ich habe nämlich alles, was mir vorher gerade noch um mich rumgelegen ist, einfach schnell auf die Seite geschmissen, damit hier nicht alles so unordentlich aussieht. Und das sollte ich jetzt nachher gleich mal aufräumen. Gut. Das war es dann heute von mir. Tut mir leid, dass das Video heute so kurz ist und auch irgendwie das Thema so, naja, nennen wir es mal, komisch ist. Aber ich dachte, das kann ich euch ja auch mal erzählen, wie das so ist. Und falls es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Über ein Abo freue ich mich auch immer. und wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen oder Tipps, was ihr dabei macht, dass ihr nicht in dieses Gammeln kommt, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt oder schreibt mir einfach auf Facebook oder schreibt mir auf Twitter oder schreibt mir einfach eine E-Mail an die bell.riedmeier.outlook.com .com, entschuldigt. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!